Kennst du das, wenn manche Leute mit einer gewissen Energie, mit einer gewissen Ausstrahlung durch die Welt gehen? Und schauen wir ihr Umfeld mit Energie aufladen, Leute magisch in ihren Bann ziehen und alles irgendwie wie von Zauberhand mühelos von Hand geht. Heute schauen wir uns genau an, wie du zu diesem Zustand kommen kannst. Ich werde in dem Zug auch ein paar meiner eigenen Geschichten erzählen, wie ich von einem relativ niedrigen Punkt versucht habe, alles richtig zu machen. Und am Ende lediglich in einer Sackgasse gelandet bin. In diesem Video erfährst du also, warum du dich nicht genau so fühlst, wie du es gerne hättest, warum dein Leben vielleicht gerade langweilig ist und warum die Welt um dich herum nicht so geschaffen ist, wie du sie gerne geschaffen hättest. Es gibt drei Grundprobleme, die es zu überwinden gilt und ich komme gleich dazu. Aber grundsätzlich das eine Thema, das für alle Menschen absolut präsent ist, ist die Art und Weise, wie wir durch diese Welt gehen, von dem Moment, in dem wir geboren werden, bis zu deinem jetzigen Zeitpunkt. Egal, ob du 20 bist oder ob du 70 bist. Und der Punkt ist, wir leben unser Leben und investieren 99,9% der Zeit im Standardfall. Vielleicht bist du besser und du hast nur 98% der Zeit investiert darin, was du um dich herum hast und was du tust im Leben. Also im Endeffekt haben und machen. Aber jegliche Lebenserfahrung wird von innen heraus erzeugt. Die Art und Weise, wie dein Körper ist, wie deine Gedankenstrukturen sind, wie deine Emotionen sind, wie vital jede Zelle in deinem Leben ist, bestimmt, wie deine Lebenserfahrung ist. Was wiederum bestimmt, was du in der Welt denkst, fühlst, was du machst und dadurch eben die Ergebnisse in deinem Leben zum Vorschein bringt. Gleichzeitig kümmert das Ganze niemanden. Nicht mal nach all dieser Zeit. Wenn ich mich selber anschaue. Ich war mit 22, ich war ein Top-Student, Maschinenbau angehender Ingenieur und so weiter. Ich hatte die Welt gesehen, ich bin viel gereist und ich hatte viele sonstige Skills mir angeeignet und war eigentlich in vielen Sachen richtig gut und diszipliniert und motiviert und dieses und jenes. Und gleichzeitig habe ich mich damit in eine komplette Sackgasse manövriert, weil mir niemand beigebracht hat, wie eigentlich dieses System funktioniert. Und wenn ich sage dieses System, dann gibt es verschiedene Aspekte, dazu komme ich gleich noch, die du alle adressieren solltest, damit du wirklich ein komplett rundes Wesen wirst. Ansonsten wirst du am Ende eine Maschine, die funktioniert in dem Bereich, auf den sie halt abgestimmt wurde. Aber du bist halt nicht ein vollständiges Leben, das in sich komplett ist, das in Harmonie mit der gesamten Existenz ist und wo einfach alles mühelos vonstatten geht. Und die Konsequenz davon ist, du hast die gesamte Welt zu deinen Füßen, das einzige, was du nicht hast, bist du selbst. Und das ist schon mal die erste große Erkenntnis, dass du siehst, okay, egal was ich alles habe, egal was ich mache, egal was ich irgendwie in mein Leben bringe, solange ich nicht mich selbst habe, ist das alles nur Dekoration ohne Seele. Und auf diesem Weg zu diesem Ideal, das ich hier beschreibe, gibt es jetzt viele verschiedene Fallstricke und Probleme, die sich auf verschiedenen Ebenen wiederfinden. Wenn wir mal die Ebene von unserem eigenen Selbst ansehen, von der Art und Weise, wie wir quasi unser physisches Selbst in dieser Welt formen. Wir haben mittlerweile wahnsinnig viele New Age Ansätze und ich bekomme das zunehmend mit, auch in meinem Umfeld, dass die Idee Richtung, ich muss Dinge ganz klar sehen, ich muss sie visualisieren und dadurch manifestieren. Ich muss die richtigen Sachen denken, dann kommen die richtigen Ergebnisse von ganz alleine. Das Problem dabei ist, du lebst in einer physischen Welt und in einer physischen Welt musst du auch die physischen Gesetze beachten. Und deswegen ist es essentiell, dass du auch anschaust und daran arbeitest, wie du selber in dir aufgebaut hast, quasi die eigene Maschinerie, das eigene System feintunst. Dazu gleich noch mehr. Und selbst wenn Leute es geschafft haben, das eigene System auf ein höheres Level zu heben und auf verschiedene Arten und Weisen viel besser zu funktionieren, dann sind sie immer noch ihr eigener größter Feind, weil sie jetzt quasi dieses aufgetunte Etwas haben, aber mit diesem aufgetunten Etwas noch nicht geschickt durch die Welt manövrieren. Stell dir vor, du hast ein Messer, das du scharf geschleift hast und was passiert? Du schnellst dich nur selbst, weil auf einmal ist das gesamte Spiel komplett anders. Im Sinne von bei manchen Menschen Höhenmut, im Sinne von bei anderen Menschen, okay, der Fokus ist einfach falsch gesetzt und man verschwendet diese unglaublichen neuen Ressourcen, die man gefunden hat, für relativ triviale Dinge. Oder man will das alte eigene Leben weiterleben, obwohl sich eigentlich das gesamte Grundkonstrukt und die gesamte Grundausrichtung und vermutlich auch das Wertesystem komplett verändert haben. Deswegen, eine neue Basis erfordert auch einen neuen Ansatz. Und drittens, du kennst sicherlich diesen Satz, an der Spitze wird es sehr einsam. Das heißt, wenn du sehr hoch gekommen bist und sei es nur in dir in gewissem Zustand erreicht hast, auf einmal kann vielleicht das Gefühl entstehen, dass du nicht mehr mit vielen Gleichgesitten umgeben bist oder dass du alleine bist auf dem Pfad oder dass du vielleicht auch nicht mehr den Bezug zur Welt oder zu vielen anderen hast und irgendwie, irgendwo dich alleine auf dem Pfad fühlst. Und deswegen ist es auch essentiell, anzuschauen, wie du in der Welt funktionierst. Dass du eben nicht dieses Konzept verfolgst von wegen, du gehst jetzt in den Keller und arbeitest eine selbst die ganze Zeit und gehst dann in den Superheld raus und hast dann keinen Bezug mehr, sondern die Art und Weise, wie du all diese Fähigkeiten, die du in dir entwickelst, auch in die Welt bringst, ist essentiell dafür, wie du in der Welt lebst und wie damit die Qualität und die Fülle deines Lebens bestimmt werden. Und was machst du jetzt also mit dem Ganzen? Stell dir mal Folgendes vor. Du weißt vielleicht, ich war früher Ingenieur, habe Maschinenbau studiert, deswegen kommt mir das Ganze ziemlich zugefallen. Wenn ich sage, stell es dir vor wie eine Maschine, die du zusammenschraubst, feintunest und dann in die Welt bringst und in der Welt agieren lässt. Wir haben also drei Bereiche, an denen wir arbeiten können. Wir haben zuerst mal die Mechanik. Mit der Mechanik meine ich jetzt nicht nur, wie du aussiehst, wie viele Muskeln du hast und so weiter, wie viel Gehirn du hast, sondern ich meine das gesamte, System, weil wenn du dir fernöstliche Traditionen anschaust, dann geht es nicht nur um Herz-Kreislauf und um Muskulatur und so weiter, sondern das System wird als ein gesamter Mechanismus betrachtet. Und um das Ganze mal westlich runterzubrechen, wir haben nicht nur das Muskel-Skeletts-System, sondern wir haben ein Nervensystem, wir haben ein Faszien-System, wir haben ein Organsystem. Und verschiedene Strukturen bestimmen, wie unser Hormonhaushalt, wie verschiedene Chemikalien ausgeschüttet werden, wie unser Gehirn funktioniert. Und all das bestimmt auf viele Arten und Weisen, einerseits unsere Lebensqualität, aber andererseits vor allem auch die Art und Weise, wie wir funktionieren. Deine bloße Körperhaltung, deine bloße Körpergeometrie bestimmt auch automatisch deine geistige Haltung und deine geistige Geometrie. Wenn du den ganzen Tag zusammengepferd sitzt, wird sich dein Bewusstsein verändern. Umgekehrt, wenn du deinen Körper auf eine bestimmte Art und Weise hältst, wird sich auch dein Bewusstsein zum Positiven wandeln. Am Ende des Tages ist das Ziel, ein in dir vollständiges Wesen zu werden. Was ich damit meine, ist, dieses System, dieses Ding Mensch, ist für sich komplett oder kann für sich komplett werden, sodass neben den minimalen Notwendigkeiten, um das biologische System am Leben zu halten, nichts mehr notwendig ist, um uns gut zu fühlen. Aber heutzutage sind wir in einer Realität angekommen, wo wir von einem Ding zum nächsten springen und immer versuchen, jede neue Lücke, die sich auftut, jedes kleine neue Loch, das sich in uns auftut, zu stopfen, bis wir am Ende zu einem riesigen Flickenteppich werden. Anstelle zu sagen, okay, wie kann ich eine gewisse Integrität in dieser Struktur herstellen. Ein yogischer Prozess, ein sehr klassischer und traditioneller yogischer Prozess, nennt sich Angamadana, was bedeutet, eine Beherrschung über alle Bereiche oder alle Teile, Aspekte des Körpers zu erlangen. Und wie gesagt, es geht ja nicht nur um eine Fitnessübung, wie wir es hier im Westen kennen, sondern es geht um eine Übung, die Fitness oder eine gewisse Beherrschung in alle Aspekte bringt, die uns ausmachen. Damit meine ich die Organe, das Nervensystem, die Faszienstruktur, Muskel-Skelettsystem sowieso, Herz-Greifstoff-System und so weiter, aber auch die Art und Weise, wie Stoffwechsel und wie deine mentale Struktur funktionieren. Das sind alles verschiedene Aspekte, die dich ausmachen und das sind alles Aspekte, die du genauso trainieren kannst, wie dein Herz oder dein Kreislauf-System oder deinem Bizeps. Das Ding ist halt, diese ganzen Techniken sind mittlerweile eigentlich ziemlich bekannt, aber es gibt im Westen halt noch nicht diesen Ansatz, in dem man sagt, okay, wir kultivieren das von der Schule ab. Wir kultivieren das von klein auf und geben jedem Menschen die Tools mit, um sich selbst vollumfassend zu einer höheren Möglichkeit zu machen. Und gleichzeitig kann man jetzt natürlich hergehen und sagen, okay, cool, ich sehe das, deswegen mache ich jetzt dieses, dieses, dieses. Ich kümmere mich um meine Muskeln, um meinen Kreislauf, um meine Beweglichkeit. Ich mache was fürs Hirn, ich mache was für die Organe, dieses und jenes. Und am Ende hast du eine Routine, die dauert 10 Stunden. Und was zum Beispiel cool ist in diesem Prozess namens Angamadana, ist, dass du eine unglaublich kondensierte Praktik hast, die du, je nachdem, wie weit du fortgeschritten bist, anfangs vielleicht in 60 Minuten, später vielleicht in 35 Minuten, praktizieren kannst. Das ist eine tägliche Praktik und die wird dafür sorgen, dass dein Körper einfach mühelos und reibungsfrei durchs Leben geht. Und alle Sachen, die vielleicht früher eingestrengt passiert sind, auf einmal reibungsfrei und einfach von Hand gehen. Du kannst dir vorstellen, wie ein Auto, das du zusammenbaust, wenn die Achsen nicht geschmiert sind. Wenn die Bremsen angezogen sind, dann kannst du Vollgas geben, aber das Einzige, was passieren wird, ist, dass du das Metall abreibst, weil du ständig Reibung erzeugst. Und vielleicht kannst du eine Zeit lang so fahren, bevor du überhitzt, aber in jedem Fall wirst du mit mehr Reibung fahren, es wird holpriger und es wird nicht so schnell vorangehen. Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich weiß noch ganz genau, ich habe irgendwie mit 16, 17 gesagt, boah, ich will hier, ich will mich zu mehr machen, ich will mein Schicksal in die Hand nehmen, ich will dieses und jenes. Und ich bin erst mal fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gegangen, weil Arnold Schwarzenegger gesagt hat, dass das der Weg ist. Und das Interessante war, ich bin irgendwann an ein gewisses Plateau gekommen und klar, ich habe Fortschritte gemacht, aber irgendwann habe ich dann auch gesehen, okay, eigentlich so viel Aufwand, fünfmal die Woche Stunden investieren für irgendwo eine Oberflächlichkeit. Ich habe es dann komplett sein lassen, habe dann, ich glaube, vor circa einem Jahr angefangen, wieder mit verschiedenen Fitnessübungen, wobei es jetzt einmal die Woche macht, kondensiert. Und das Interessante ist, dass ich nach circa einem Jahr Training einmal die Woche, eine Einheit pro Woche, einmal für ein Jahr, also nach circa 52 Einheiten über ein Jahr, bin ich jetzt auf ein Niveau gekommen, wo ich über dem damaligen Niveau stehe, wo ich mit Anfang, Mitte 20 war, nachdem ich sechs, sieben Jahre lang konsequent jede Woche drei bis fünfmal mich abgeackert habe. Warum? Weil einfach mein ganzes System besser funktioniert, weil mein Stoffwechsel besser ist, weil meine Biomechanik besser ist, weil mein System ausgeruht und entspannt und einfach leistungsfähiger ist. Und damit habe ich jetzt halt mit weniger Input deutlich mehr Output. Und das, obwohl ich über zwölf Jahre älter bin. Erster Schritt ist also, dich um die Mechanik zu kümmern. Zweiter Schritt ist, dir auch das Betriebssystem anzuschauen. Mit Betriebssystem meine ich, dass du eine gewisse Beherrschung über den Geist erlangst. Wenn wir jetzt sagen, Beherrschung über den Geist. Eine Sache ist, dass wir alle ziemlich impulsgesteuert sind. Es gibt Gedanken, Emotionen, es gibt Ideale, es gibt Wünsche und es gibt tausende Stimuli aus dieser Welt von Werbung, von Medien, von Umfeld und so weiter, die uns zu einem Zustand bringen, in dem wir das Gefühl haben, okay, ich muss XYZ machen, sonst bin ich falsch, sonst verpasse ich was im Leben, sonst bin ich nicht vollkommen. Und all diese Sachen sind optimiert dafür, dass wir mit unserem eigenen Gehirn spielen, das mit unseren Neurotransmittern spielen und zum Beispiel dafür sorgen, dass wir in einem wiedererkennten Zustand von, in Anführungsstrichen, Sucht verfallen, wie eine Ratte im Käfig, die von Wissenschaftlern getriggert wird, immer wieder die gleiche Handlung zu vollziehen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, zum Beispiel Futter zu bekommen, eine Belohnung zu bekommen. Und genau so sind wir, wie diese Ratte, die versucht, ständig auf den richtigen Knopf zu drücken, um die Belohnung zu erhalten. Und dabei ist der Ausweg eigentlich so einfach. Es gibt zwei, drei Aspekte, fundamental, die du machen musst. Einmal, du musst eine Balance schaffen in deine Gedanken, deine Emotionen und deine Handlungen. Und andermal, du musst in der Lage sein, eine gewisse Selbstsuffizienz zu erreichen. Im Sinne von, du kannst einfach da sitzen, du bist still, passiert nichts, keinerlei Einfluss von außen. Aber du hast dich so geformt, dass du dich gut fühlst. Und, dass die bloße Art und Weise des Seins, des Sitzen, des Atmens, des in der Welt existieren, sich schon so gut anfühlt, dass alles andere eigentlich nur noch ein Bonus ist, anstelle, dass alles andere das Ziel ist. Oder, dass du das andere brauchst, um dich gut zu fühlen. Sondern, nee, du fühlst dich gut, es passt, die Maschine ist getunt, und das System läuft einwandfrei. Und, hey, cool, was machen wir jetzt damit? Und damit kommen wir auch schon auf den letzten Punkt, dass du jetzt dieses getunete System an die Welt anbindest. Was ich damit meine, ist, du hast jetzt eine schöne Maschine, die funktioniert, die ist getunt, die läuft wie geschmiert. Jetzt musst du die Maschine in die Welt bringen. Weil, jetzt, wo du eine gewisse Integrität entwickelt hast, kannst du mit dem Leben spielen, ohne Angst zu haben, dass dir was zustößt, ist, dass du zu kurz kommst, dass du aus der Bahn gerätst, weil du weißt, du bist in dir in der Bahn. Und alles andere ist jetzt das Spiel des Lebens, das Abenteuer des Lebens. Und jetzt kannst du Dinge schaffen, die dir wirklich wichtig sind. Du kannst deine Mission erfüllen. Und du kannst auch ganz bewusst ein Umfeld an Gleichgesinnten erzeugen oder herbeibeschwören oder suchen. So, dass sich dein Umfeld nach vorne bringt, anstelle, dich zurückzuhalten. Oder, anstelle auf der gleichen niedrigen Schwingungsfrequenz zu sein, Leute zu finden, die auf einer höheren Ebene schwingen und dich inspirieren, dich motivieren und ihr euch alle gegenseitig nach vorne bringt. Und ganz ehrlich, wenn du dir mal überlegst, so dieses Ideal von einer schönen, heilen, idealen Welt, ist ja am Ende des Tages so. Du fühlst dich gut. Es geht den Leuten um dich herum gut. Und alle sind irgendwo auf einer höheren, eingestammten Wellenlänge. Und gemeinsam schafft ihr etwas Größeres als euch selbst. Ihr schafft etwas, was die Welt nach vorne bringt und erfüllt irgendwo etwas, was dir viel bedeutet und somit viel Bedeutung und Wertigkeit ins eigene Leben bringt. Zusammengefasst, kümmere dich also um deine eigene Maschinerie und deine eigene Mechanik, um dein Betriebssystem und schau, wie du das ganze Konstrukt dann auf die richtige Art und Weise in die Welt bringst. Was wir dir anbieten. Andererseits, wenn du eine persönliche Unterstützung auf diesem Fine-Tuning-Weg möchtest, dann melde dich gerne bei mir, lass uns mal quatschen und schauen, ob ich die ein oder andere Idee für dich habe. Und andererseits, wenn du Lust hast, einen mächtigen yogischen Prozess zu lernen, mit dem du deine Mechanik und dein Betriebssystem auf ein höheres Level bringst, dann schau dir mal Angamadana an. Angamadana, die Beherrschung der verschiedenen Teile des Körpers, so wie sie von dem Yogi Satguru als Praktik zusammengestellt wurde. Wir bieten das in Workshops an, wir bieten es auch in Form von Retreats an, in welchen du die Möglichkeit hast, nicht nur die Praktik zu lernen, sondern dich automatisch auch in ein Umfeld zu begeben an Gleichgesellten, wo du die Praktik nicht nur kurz lernst, sondern aufsaugst, direkt in dein Leben bringst und verankerst, sodass du einen Prozess schaffst, in dem quasi dein eigenes Wachstum unausweichlich ist und du gleichzeitig in den Genuss kommst, mit Gleichgesellten auf die Reise zu gehen und wertvolle neue Kontakte knüpfst und natürlich auch siehst, dass du nicht alleine bist auf diesem wunderbaren Weg, der aber manchmal an der Spitze auch etwas einsam werden kann. Lass mich wissen, was du denkst. Ich freue mich, von dir zu hören. Alles Liebe und auf bald.